Hallo und herzlich willkommen. Wir sind immer noch auf dem Kobalt-Plateau 8. Wir haben den ersten Endgegner großartig gesiegt. Ja, irgendwie schauen wir das Kobalt-Plateau recht weit zu mostrecken. Aber wir sind schon sehr gespannt, wo wir gegen den Gegner-Pikus-Wir jetzt verraten. Okay, alle zwei Kleine. Wir sind einigen. Okay, wir haben immer noch an der Schuhe. Wir sind immer noch an der Schuhe. Ähm, wir haben beide den Däden verworben. Deswegen gehen wir hier einmal direkt drauf. Machen wir jetzt den Ausdruck. So, bin ich verstanden, hat es gelangt. Jawoll! So, drei Sterne. Einfach dadurch, dass wir noch die Krampf zum Schluss genommen haben. Und dadurch volles Leben hatten, haben wir auch vier Punkte bekommen. Die haben uns natürlich auch drei Sterne gewonnen. Das wird uns auch bedankt, indem wir einen Freier bekommen. Das ist schön. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder auf dem Vorball-Platteau mit den verrückten Vögel und dem Schwein. Und dann sind wir da drüben. Das ist komisch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ein bisschen schau.